Hi Leute, Marc Bellinghaus, euer Influencer. Wir gucken hier auf Frau Tuba Bozkurt. Diese Frau brüllte in Berlin, Mannheim ist tot und wollte einen Witz machen. Frau Bozkurt, bitte treten Sie zurück. Wir können Ihnen nicht mehr vertrauen als eine Politikerin, die von den Steuerzahlern mit über 11.000 Euro monatlich gefüttert wird. Das geht nicht. Sie treten auf unseren Gefühlen herum und insofern sind Sie und Ihre Partei für mich unwählbar. Besonders zur nächsten Wahl. Ich finde das richtig scheiße, was Sie getan haben. Und wenn ihr Leute, wenn ihr auf die Wikipedia-Seite von Frau Bozkurt schaut, könnt ihr sehen, dass sie sich mit Mannheim auskennen. Sie hat nämlich zur Fremdsprachenassistentin in Mannheim anschließend, bla bla bla. Also Frau Bozkurt, Entschuldigung kann man hier nicht annehmen, tut mir leid.